Herzlich willkommen bei Knobel. Heute unser Gast ist Martin Geismann. Er ist Head of Global Recruiting bei der Swiss Re. Herzlich willkommen, Herr Geismann, dass wir heute unser Gast sind. Vielen Dank für die Einladung. Herr Geismann, wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass sich das Recruiting auf Organisationsseite sehr stark verändert hat, vor allen Dingen mit der Möglichkeit, dass plötzlich man die Möglichkeit eröffnet hat, online seine Bewerbung einzureichen. Ich denke, es hat sich sehr viel verändert. Es ist einerseits, wie Sie sagen, es ist möglich, dass man das Ganze online abwickelt. Wir haben heute sicher 98%, 99% die Abwicklung von Eingang von Bewerbungen, Kommunikation mit den Leihmanagern, mit den Kandidaten, läuft alles voll elektronisch ab. Auf der anderen Seite, was geblieben ist, ist in der Selektion die Interviews meistens face-to-face, ab und zu Video-Interviews. Aber ich denke, der ganze Marketingbereich, Stellenausschreiben, Kandidateneingang, das läuft vollkommen elektronisch. Das heisst, intern, ein Team muss bereit sein, die Organisation muss aufgestellt sein. Auch, dass man die berühmte Passiv-Aktiv-Suche, also auch mit Social Recruiting, um das erstmal einzubringen, hat natürlich auch eine gewisse Umkehr bedeutet, man schreibt die Stelle nicht mehr einfach raus und wartet. Das ist das berühmte Post and Pray. Die Zeiten sind definitiv vorbei, sondern man hat immer nur die Ausschreibung der Stelle, aber es geht darum, Kandidaten sehr aktiv zu suchen. Und je nach Profil können die Kandidaten natürlich auch zurücklehnen und einmal im Markt erzählen, ich suche etwas und sich dann auch finden lassen. Also es wird definitiv eine Umkehr geben innerhalb der Rekrutierung. Ich denke, was sich entscheidend geändert hat, ist die, was ich gesagt habe, die Suche. Also dass man sehr als Recruiting Professional, dass man die ganzen Kanäle intern, Referral-Programme, interne Kandidaten, externe Plattformen, Netzwerke, über Log, über andere Kanäle, dass man die kennen muss. Man muss sich darauf bewegen können, man muss das Ganze orchestrieren können, jemanden ansprechen, in die Unternehmung hineinziehen. Das ist dann wirklich das Attraction innerhalb der Rekrutierung. Und dann, das ist auch unser grösster Challenge im Moment, wie können wir die ganzen guten Profile in einen Prozess hineinbringen, den wir nachher im Leihmanager, wenn sie im Rekrutieren sind, wie kann ich als Recruiter Ihnen die fünf besten Kandidaten in einer Form präsentieren, wo sie nachher sagen, passt, passt weniger einladen. Das hat nicht geändert. Weil es gibt sehr viele gute Unternehmungen, wir sind sehr starke Brands, nicht die einzigen auf dem Markt. Und dann spielt dann natürlich unsere Branding-Aktivität. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Hand aufs Herz, ist das nicht ein Stück weit Jammern auf hohem Niveau? Sie sind ein grosser Konzern, sehr, sehr starke Brand. Meine These wäre jetzt, dass sie einfach ein grosses Set an Kandidaten, auch an sehr guten Kandidaten haben, die ohnehin zu Ihnen kommen wollen. Ist das Problem wirklich so gross? Ich denke, im Recruiting-Jammern ist eh falsch. Das ist ein konstanter Challenge, wo man drinnen ist. Aber es bleibt eine grosse Herausforderung, die Kandidaten, die zu uns passen, wo wir vor Auswahl getroffen haben oder sich bei uns bewerben, die nach wie vor für uns zu begeistern. Hat Social Recruiting der Swiss Re geholfen, die Marke auch wieder in einer völlig neuen Form zu beleben? Ich meine, Sie haben gerade die Diskussion erwähnt, die Sie gerade intern führen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich denke, mit Minimum 50 Prozent, warum wir das gemacht haben, ist Marketing und Branding. Wir haben im Moment so in Produkten, wir sind präsent auf LinkedIn, auf Xing, wir haben das Profil auf Glassdoor, auf Konunu. Also meistens deutschsprachig, anglosexisch ist die beiden Plattformen. Und gerade Konunu und Glassdoor, das hat mit Recruiting indirekt viel zu tun, direkt wenig. Also relativ wenig. Und das ist reiner Marketing-Gedanken, dass wir auch gesagt haben, es wird sowieso, so der Verlust der Informationshoheit, es wird sowieso über die Swiss Re geredet. Also wenn wir Minimum A aktiv uns präsentieren. Also wir sind die Unternehmungen, wir haben die Werte, wir haben die Produkte, die, die erstellen und sind natürlich auch da dran am Monitoren, was sind Kommentare über unsere Firma. Ja. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, ist vor allen Dingen da die grosse Herausforderung eine klare Differenzierung als Unternehmen zu haben. Erstens. Und zweitens, welche Rolle spielt die Marke Swiss Re in dieser Differenzierung zu erreichen? Die spielt eine sehr, sehr grosse Rolle. Weil es geht klar auf dem Rückversicherungsmarkt, ich sage jetzt mal, wir sind Swiss Re Nummer 2, einzelne Geschäftsbereiche Nummer 1 weltweit. Das hat natürlich eine gewisse, ganz klar eine Wirkung, dass wir auch als Swiss Re sehr, sehr viele spezifische, top senior Positionen besetzen bei uns. Und dort gibt es andere Anbieter. Und dort ist ganz wichtig, wer, was sind unsere Werte, was ist unsere Kultur in der Unternehmung. Weil die Funktion an sich, die ist bestimmt vergleichbar mit anderen Unternehmungen. Aber unsere DNA, was für was stehen wir, was haben wir 150 Jahre einerseits an Geschichte, aber auch von Zukunftsperspektiven. Das ist dann unser Selling Point, wo man dann nicht immer bekannt ist als B2B-Unternehmung, sondern wir sehr aktiv müssen sie raussertragen. Und natürlich nicht nur HR, nicht nur Recruiting, sondern als gesamte Unternehmensmarken vertreten. Ja, Social Media gehört, teilweise gehört es dem HR, teilweise gehört es der Kommunikationsabteilung, teilweise gehört es dem Vertrieb, teilweise ist es sogar der Kundenservice, der versucht sich das Thema Social Media in irgendeiner Form an sich zu reißen. Welche Rolle hat Social Media bei Ihnen im HR speziell? Und wie grenzen Sie sich gegen andere Unternehmensfunktionen auf, die auch sagen, Mensch, Social Media ist eigentlich meins? Die ganze Social Media-Thematik, die ist in vielen Unternehmungen nicht über eine riesen Welle darüber hingeschwappt, aber ich denke, Firmen sind umkreist worden von dieser Thematik. Und das hat sich intern einen gewissen Findungsprozess gebraucht. Was kommt da? Die Fragen müssen gestellt werden, wer ist zuständig? Bei uns bei der Zwisserei ist Social Media aufgehängt bei Communications. Also wir haben innerhalb von Communications noch die Abteilung E-Coms, also eine Einheit, die sich um alle elektronischen Kommunikationskanäle kümmert. Und dort ist das Zuhause von Social Media. Das ist ja die Abteilung, die interne Guidelines aufgesetzt hat für all uns als Mitarbeitern von der Zwisserei. Wenn wir auf Social Media aktiv sind, was sind Do's und Don'ts. Und wo wir im Social Recruiting eingestiegen sind, das war rund vor drei Jahren, habe ich mich sehr eng ausgetauscht mit dem Head of E-Coms, um herauszufinden, was wollen wir? Also ich denke, das war schon unsere erste Frage. Also ich kann das bestätigen. Bei uns haben wir auch die Diskussion gehabt, wo gehört es hin. Ja. Haben es dann aber intern mit Communication, HR, ich denke, gut gefunden und haben dort immer noch sehr einen regen Austausch, wenn neue Thematiken und Updates reinkommen, wer macht was. Hat sich das digitale Recruiting so verändert, dass es wie einen anderen Impact auch auf die Unternehmensführung hat? Es gibt, es hat von der Boston Consulting Group eine Studie gegeben, Ende letztes Jahr, wo man eruiert hat, was ist so die HR-Abteilung? Und das ist keine Selbstlob in aller Größe, sondern welche HR-Einheit kann eigentlich eine Kultur relativ stark fördern und ändern auch? Oder nicht nur fördern, sondern auch ändern. Und dort steht Recruiting an obersten Stelle. Es ist für uns ein Anliegen, dass wir diverse Teams haben und nicht nur von Gender oder von Nationalitäten, sondern unterschiedliche Meinungen reinbringen. Die Abbildung von unseren Kunden, von den gesellschaftlichen Themen, die wir abdecken. Und dort hat natürlich Social Recruiting massiv geholfen, um auch wieder more diverse in der Suche zu sein. Sie haben gerade davon gesprochen, dass man nach innen wie parat sein muss. Man muss auch die Organisationsstrukturen dort haben. Wenn man durch Social Recruiting nicht einfach nur die Verwaltung verbessern will, sondern dann auch die Möglichkeit aufbauen, dass HR tatsächlich auch zum Steuerungsinstrument wird. Wo, glauben Sie, geht die Reise dorthin? Also, ich denke, dort geht es noch viel stärker die Reise Richtung, welche Value aus? Also, wir uns als Unternehmen verkaufen. Und dort drinnen natürlich, weil der CV, die eine Seite aus Asien, aus den USA oder die 35 Seiten aus Deutschland oder Schweiz, das wird bleiben. Hoffentlich sind es nur zwei Seiten. Wirklich die Hard Facts, was hat jemand gemacht, welche Ausbildung hat jemand gemacht, das wird Bestandteil bleiben. Was aber sehr viel wichtiger ist, was haben die Leute, unabhängig vom Studium, wirklich geleistet? Und was war die Delivering von den Personen? Was war der Track Record? Und dann ist es, ich denke, immer mehr eine Kulturabstimmung. Also, was haben die Leute, was haben die Leute für Ideal, für Value aus? Passen die mit uns zusammen? Und passt das nachher zusammen, dass man mit den Fachkompetenzen, das ist ganz wichtig in den ganzen Diskussionen, oder wenn die Fachkompetenzen nicht stimmen, dann wird das nicht fliegen. Also, die müssen bestehen, die müssen sein. Aber dann, wie sich die Teams entwickeln, wie die Zusammenarbeit mit den Kunden ist, auch dort, oder auch das Business ist natürlich immer mehr online unterwegs, wie kann man mit dem umgehen, wie kann man das in Geschäftserfolg ummünzen, das wird sehr stärker sein. Ja, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Auch, Herr Lene. Vielen Dank.